Aber ihr kennt das ja. Gut. Links gibt es auf bildsunso.de Alex, hast du was? Ich hatte bis eben nichts, aber mir ist das eingefallen, weil ich es nochmal recherchiert habe, dass wir das noch nicht gepickt haben und ihr müsst mir jetzt helfen, weil ich muss jetzt Quick picken. Quick ist einfach das Werkzeug, was wir jede Woche hier für die Shownotes verwenden. Warum ist das eigentlich noch nicht gepickt worden? Haben wir nicht? Das ist ja schon zehnmal gepickt. Es ist kein Pick gewesen. Das ist ja skandalös. Wenn die Suche funktioniert, weiß Timo sicherlich mehr zu, aber Quip taucht mal als Twitter-Client auf, weil das war 2012 mal ein Twitter-Client, den du gepickt hast. Damals ja auch. Aber Quip ist einfach die Textverarbeitung, in der wir hier kollaborativ die Sachen erarbeiten. und es ist eigentlich echt sehr nett geworden. Wir haben da, wir haben am Anfang, glaube ich, mal drüber gesprochen, als das Ding rauskam und Potenzial zeigte. Ja, man konnte sich ja irgendwie damit, damals noch musste man sich mit seinem Google-Account irgendwie einloggen und es hat dann auch Google Docs importiert und solche Geschichten. Aber mittlerweile ist da so eine Textverarbeitung draus geworden, die man, glaube ich, ganz gut Leuten empfehlen kann, wenn es so kleine Projektarbeitsgruppen sind, die vielleicht eine Alternative zu Google Docs möchten. Und das ist so ein kleines abgeschlossenes. Und das ganze Ding ist ja kostenfrei, die abkostet nichts. Und es gibt halt auch so ein Free-Pricing-Tier-Geschichte. Die wollen halt Geld verdienen, indem sie so ein Quip-Business-Account dir verkaufen. Das ist irgendwie 12 Dollar pro Monat Pro-User. Da gibt es dann mehr Funktionalität, die sich dann auch so an Arbeitsgruppen in Firmen richtet und solche Geschichten. Das ist das eine, was ich, also ich weiß nicht, wieso wir das statt Google Docs verwenden, ernsthaft. Die alte Diskussion. Aber was ich tatsächlich sehr nett finde, also es funktioniert so halbwegs irgendwie mehr oder weniger, also zum Beispiel Copy-Paste ist seit Monaten kaputt. Es vergisst manchmal so Zeilenumbrüche. Was tatsächlich ganz nett ist, muss man ja zugeben, ist hier diese Bearbeitungsansicht, dass du hier an der Seite siehst, wer was irgendwie bearbeitet hat. Du kannst hier einzelne Edits liken und dann bekommt derjenige einen Push aufs iPhone, wo draufsteht hier, ich habe gerade deinen Edit geliked. Und du kriegst auch Nachrichten, wenn Leute aus deiner Gruppe das Dokument öffnen. Und du siehst auch, Basti hat das Dokument so und so auf seinem iPhone geöffnet oder auf seinem Tablet. Und das ist dann schon eine, ich glaube, ihr kriegt auch immer Notifications, wenn ich neue Dokumente anlege, oder? Genau. Ich kriege vor allem Notifications, wenn Alex neue Dokumente anlegt. Das warst du heute. Nee, aber das mit dem, an welchem Rechner du sitzt, ist ja eine sehr, sehr, eine gute Information, würde ich sagen. Kann man so ein bisschen auch so Schreibgeschwindigkeiten beispielsweise besser einordnen. Ach, der ist gerade am iPhone unterwegs oder so. Und das ist eigentlich das Schöne, so egal ob iPad, iPhone oder auch Browser, sieht relativ identisch aus und bedient sich eigentlich auch ganz gut da. Also, wie gesagt, man lagert alle seine, sein Zeug halt irgendwie aus, ja. Also kannst du es natürlich exportieren und dir runterladen und solche Geschichten, aber es ist halt so wie Google Docs. Du vertraust dann schon darauf, dass die damit keinen Mist bauen. Und jetzt haben sie gerade, Leo, das ist ja auch im Artikel zugeschrieben, habe ich gesehen, letzte Woche, nochmal so die Kontakte, die Kontaktzugriff, die Konversationsfunktion verbessert, indem du jetzt einfach Leute auch direkt anschreiben kannst und Leute einladen kannst, in so einer Textverarbeitung dann teilzunehmen und solche Geschichten. Ich weiß nicht, es ist nett gewachsen, muss ich sagen. Und mir ist es irgendwie eingänglicher als Google Docs. Dieses Pinboard, wo man all seine Dokumente findet, die man dann auch in Ordner sortieren kann und solche Geschichten, das ist genauso unübersichtlich wie bei Google Docs. Aber man kann einfach immer auf das letzte, wie Leas ultimativer Tipp, immer auf das letzte, zuletzt bearbeitet Dokument einfach zugreifen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen geht, aber eine ganze Weile ging auch nicht neues Dokument in gescherten Orten anlegen auf Mobile. Das konntest du nur auf dem Desktop machen. Oder ich habe den Knopf nicht gefunden. Okay. Ich musste den Knopf nicht finden, weil du immer die Dokumente und wir verwenden das sehr, sehr aktiv. Nee, aber ich weiß nicht, also gerade für die Sonne, das ist, glaube ich, echt eine ganz, also ganz, ganz nette, nette Geschichte und sollte man sich mal angucken. Warte, weil wir jetzt kostenfrei, das mal ausprobieren kann und erst bei dann irgendwie wirklich bei Arbeitsgruppen und so weiter, da kann man sich überlegen, ob man das zahlt. Ich weiß aber nicht, ob die dich als Endkunden unbedingt wollen, der irgendwie so Teilnehmer einer Unigruppe ist oder so, sondern die wollen, glaube ich, also in kleine Firmen rein und solche Geschichten dann da das Geld verdienen. Ja, ich befürchte halt, dass die früher oder später mal weggekauft werden. Also das ist... Ja, Daumen drücken. Es ist etwas zu gut für kostenloses Ding und die sind ja sehr beharrlich dran, das voranzutreiben und das hat sich in relativ schneller Zeit, finde ich, recht weit entwickelt. Also sowohl vom Basisfunktionsumfang als auch jetzt natürlich von der ganzen Messaging-Komponente und diese Kombination plus halt einfach die Abdeckung, dass du unter iOS und Android plus Browser halt vertreten bist, das ist eigentlich schon ziemlich fantastisch in der Form, muss man sagen. Es gibt Push-Nachrichten auch im Web-Browser, die man einschalten kann. Ich habe es jetzt in Chrome jetzt nochmal ausprobiert. Du kannst immer sehen, wo die Leute gerade schreiben, logischerweise. Also, ja, es trifft es vielleicht ganz gut, also zu gut für kostenlos. Die sind ja auch, glaube ich, Risikokapital finanziert im Moment. Oh ja, definitiv. Also da werden sicher schon etliche Millionen durchgebrannt worden sein. Die Frage ist halt, wohin? Naja, kann ja hoffen, zu Google Docs, damit da auch Likes für Edits kommen. Ja, die kauft sich ja, Dropbox kauft die sich ja eine. Ja, das wäre so ein Kandidat, die auf jeden Fall zu dir, die passen würde. Ja. Ja, ja, es ist so wie Mailbox eigentlich. Vielleicht konnten die sich irgendwie beim Preis noch nicht einigen, aber das wird einfach genau in dieses Schema passen, falls Dropbox halt irgendein Interesse hat, so spezifisch in diese Textgeschichte auch reinzugehen. Text plus Messaging wäre für Dropbox nicht so dumm. Definitiv. Also ich meine, ganz viele Leute verwenden Dropbox schon so, ja, und handieren dann mit einzelnen Dateien und so. Das ist halt so ein... Dropbox sollte dabei bleiben, ein Ordner zu sein, der synkt und nicht mehr. Also da, ich finde, die hätten aufhören. Die sind schon zu weit. Fotos waren auch okay, aber danach war Schluss. Also für mich zumindest. Aber wenigstens funktioniert deren Core-Business immer noch. Also es ist nicht so, als hätten sie gesagt, oh, wir wollen, wir sind eigentlich ein Kabel nach draußen, aber lass uns dann nochmal irgendwie Fernsehen reinschrauben und das Kabel einfach komplett kaputt machen. Das, so, auf dem Level sind sie halt nicht, sondern sie sind nach auf dem Level, okay, wir sind ein Ordner, der synkt und, 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 aber der Ordner, der synkt, funktioniert immer noch und den ganzen anderen Scheiß kannst du einfach ignorieren. Ja, es ist halt auch jetzt, der Preis zieht nicht der Entwicklung hinterher. Also das ist schon schmerzhaft teuer, was sie da haben wollen. Selbst Apple hat den Schuss gehört. Selbst Apple hat den Schuss gehört, dass die Wolke ein bisschen günstiger werden könnte. Ja, aber mal ganz im Ernst, wer ist denn die massentaugliche Alternative, die einfach bei jedem auf dem Rechner ist? Niemand. SkyDrive. Ja, ist sie aber nicht. Und von daher, momentan sind sie, glaube ich, einfach noch in der angenehmen Position, dass sie sagen können, ja, wir sind teurer. Aber das Ding ist halt, es ist halt absehbar, dass diese ganze, für diesen Speicherplatz zahlt hat, in zwei Jahren keiner mehr. In zwei Jahren ist halt Speicherplatz kostenlos. Du siehst ja jetzt schon in Microsoft, hast du irgendein Office-Paket, dann schmeißen die den Terabyte hinterher. Ich gebe Fotodienste, die sind jetzt schon für alle Fotos kostenlos, dann, da rollt ja eh noch mehr an. Also das heißt, mit Speicherplatz ist nicht kein Geld zu verdienen, du brauchst diese Zusatzdienste. Und das hat auch Dropbox natürlich gesehen, die müssen sich jetzt, wir müssen ja irgendwie sehen, wie sie sich aus der Nummer rauskommt. Also eine Möglichkeit wäre gewesen, halt an Apple zu verkaufen, vor ein paar Jahren, und dann war das der Exit, aber darüber sind sie wirklich hin und hinaus. Und sie sind auch, sie könnten halt auch mittlerweile zu teuer werden, damit sie ernsthaft irgendwo übernommen werden können, von irgendwem noch. Also da ist es durchaus keine leichte Situation. Also deren Perspektive kann eigentlich nur sein, so wir wollen das nächste Betriebssystem sein. Wir wollen irgendwie, wir wollen ein Mail machen. Ich meine, der Mail-Client, der muss ja auch bald mal kommen, der ist ja auch angekündigt. Für iOS gibt es den ja schon, aber für den Desktop dann. Und ja, und solche Sachen wie Textverarbeitung und Fotos ist natürlich irgendwie, da sind dann vielleicht Leute bereit zu zahlen. Aber es ist durchaus keine leichte Situation für Dropbox, die eigentlich ganz gut dastehen, so würde man denken. Aber es kann auch Hindernis sein. Ich verstehe ernsthaft, ich verstehe das Preismodell, leuchtet mir jetzt so direkt intuitiv erstmal nicht ein, weil der kleinste, der Schritt von 2 Gig gratis, den du erstmal kriegst, ist auf 100 Gig bezahlt für 100 Euro im Jahr. Was viel Geld ist und viel zu viel Storage für die meisten Leute. Das ist richtig. Also meine Frau benutzt es zum Beispiel. Und die hat davon irgendwie 25 Gig belegt. Und den Rest halt nicht, aber du willst es machen. Okay. Schauen wir mal. Also Quip kann man durchaus benutzen. Ich verstehe mich auch nicht wieso, aber was habt ihr denn gegen Google Drive? Du hast aufgegeben. Ja? Ja, das ist echt aufgegeben. Das war voll okay, Google Drive. Das war nur ein soziales Experiment-Team, oder so. Aber immerhin hier meine Tabellen in Google Spreadsheet, die kann ich da noch ungestört dort machen. Das stimmt. Das ist sehr lustig übrigens, es gibt immer noch so Teile von diesem ganzen Google Docs-Zeug zum Beispiel, wo deine URL noch irgendwie rightly drin vorkommt, wenn du bei Docs bist. Ich meine hier die Google Analytics-URLs heißen alle noch Urchin. Ja, also es bleibt auf ewig so, kann man nicht verändern. Krass. Leo.